Dann erklär uns jetzt mal, warum du in der Apotheke stehst und die Polizei rufst. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Also der Markt geht davon aus, dass wir senken. Obwohl die Inflation sagt, nö, also es ist ja alles scheiße. Dann ist es doch eigentlich nichts anderes als ein Ponzi-Scheme, oder? Im Endeffekt hoffst du einfach nur, dass dir jemand in Zukunft deine Bitcoin teurer abkauft als in der Vergangenheit. Ich würde es mal wünschen, dass ich von mir aus irgendwo, von mir aus meinen Finger abdrucken, einen Blutstropfen und den Erstgeborenen opfern muss, damit ich einen Alternativ-App-Stall installieren kann. Dass es weitergehend geschützt ist. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 87 deines Lieblings-Podcasts Marktgeflüster. Hallo Holger, auch wieder mit dabei heute. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Und es freut mich, ebenso wieder mit dabei zu sein. Auch wenn ich Markus ein wenig vermisse. Stimmt, der war jetzt schon länger nicht da gewesen. Aber ihr hattet ja ein romantisches Wochenende in Luxemburg. Also unter der Woche tatsächlich. Und deswegen musst du jetzt ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen. Ich möchte Markus nicht zu sehr schockieren. Nicht, dass er uns eines Tages die Kündigung auf den Tisch knallt. Ich kann aber zumindest aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ihn auch noch sehr spät nachts auf dem Zimmer besucht. Es ist wirklich so. Ich habe angerufen, wo ich vorbeikommen darf und dann bin ich hochgegangen zu ihm. Hast du die Zahnpasta vergessen? Das ist nämlich mein Klassiker. Meine Handcreme. Er hat mir extra eine Handcreme am Flughafen mitgebracht. Okay, geil. Bei mir ist immer so der Klassiker. Du denkst dran, Zahnbürste, Zahnbürste, Zahnbürste. Du reist, also musst du eine Zahnbürste mitbringen. Und dann stehst du im Hotel und so, fuck, ich habe die Zahnpasta vergessen. Und dann ist es bei mir auch immer so, dass ich Mitreisende dann anschreibe und sage, ey, welche Zimmernummer hast du? Ich brauche mal Zahnpasta. Genau, und dann sind das immer die seltenen Gelegenheiten, wo man mich in Boxershorts durch Hotelflurs laufen sieht. Genau. Nächste Gelegenheit vermute ich auf der Invest. Ich wollte gerade sagen, dann freue ich mich besonders auf die Invest. Und du kannst ja auch gerne dann bei mir daheim vorbeikommen und dir dort deine Zahnpasta abholen. Wie weit ist das entfernt? Nicht allzu weit. Ich will jetzt nicht, dass die Leute anfangen, mit dem Zirkel dann plötzlich so eine harte Linie zu machen. Aber es ist jetzt nicht allzu weit. Sagen wir mal so, Nürtingen ist ziemlich nah am Flughafen Stuttgart. Okay. Hast du nicht ein Impressum, wo du deine Sachen reintragen musst? Doch, aber ich habe das so gemacht, wie diese unseriöse Finanzbloggerin da irgendwie aus Leipzig, diese Lisa O., und habe mir so ein Adressschutz gekauft. Leipzig, okay, got it. Sehr gut. Ich glaube, ihre echte Stadt habe ich mal geleakt, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich weiß, aber sie gibt es auch zu. Aber ich habe irgendwann tatsächlich mal geglaubt, sie ist in Leipzig, wo ich wohne und habe das auch gesagt, dann ist sie komplett ausgeflippt. Seitdem sage ich immer, du kommst auch aus Leipzig. Das scheint sie sehr zu triggern. Ach so, ich dachte, die hätte ihre Adresse in Leipzig. Okay, verstehe. Ach so, nee, nee. Ja, siehst du mal, bei uns ist das nicht so. Unsere Adresse ist öffentlich einsehbar als die Firmenadresse, aber dafür meine private nicht. Das ist doch schon mal was. Sehr gut. Wir haben heute ein Schwerpunktthema, zumindest so auf die Kürze mal rausgekramt, nämlich Bitcoin. Bitcoin to the moon. Ja, bevor wir über Bitcoin reden, vielleicht noch über seriöse Sachen. Hier, wie hattest du das immer, den Vollpfosten der Woche? Nee. Den Clown der Woche. Den Clown der Woche, genau. Geht der für dich diese Woche an Tim Cook? Ich habe tatsächlich hier den Artikel gelesen, den du gepostet hast und hochgradig interessant, ja. Es geht um den DMA. Ja, magst du mir sagen, was dir der Artikel vermittelt hat? Ich will nicht wissen, ob du dieselbe Einschätzung zum Artikel hast wie ich, aber ich bin wirklich am Kotzen. Ja, kann ich dir vorstellen. Also im Endeffekt ist ja der siebte, wann war das? Letzte Woche Donnerstag, genau, vor einer Woche, ist ja der EU Digital Markets Act live gegangen. Es gibt aber noch den Digital Service Act, wo im Endeffekt mal die Monopolpositionen an verschiedenen Stellen, die große Tech-Giganten haben, aufgebrochen werden soll. Also sprich Google, Amazon, Apple, TikTok, Meta, also Facebook, Insta und so weiter und Microsoft werden da so ein bisschen EU-seitig reguliert. Die Idee dahinter ist es, dass sie ja sogenannte Gatekeeper sind. Und quasi entscheiden können, wer in deren Ökosystem reinkommt und wer nicht. Also zum Beispiel bei Apple ist ja so, du kannst ja immer nur in meinen App Store gehen. War bisher so gewesen, es gibt nur den einen Apple App Store, anders kriegst du keine Apps auf deine Apple Devices oder auf dein iPhone. Und die entscheiden so ein bisschen, wer da rein darf und wer nicht. Und da gab es ja schon verschiedene Rechtsstreitigkeiten in der Vergangenheit, große mit Spotify, die zum Beispiel explizit gesagt haben, wenn du ein Spotify-Abo auf unserer Webseite machst, ist das günstiger, als wenn du es über Apple abwickelst. Da ist Apple gegen Vorgang. Dann gab es mit verschiedenen Gaming-Herstellern Stress. Wir sind ja auch dabei, eine App zu bauen und haben auch direkt Empfohlen gekriegt, ihr habt ja Co-Pilot Plus und diese Plus-Mitgliedschaft muss auch unbedingt dann über Apple abgewickelt werden können. Sonst denken, sonst werden die eure App nicht freilassen. Also das ist halt so ein Gatekeeper-Ding. Und was jetzt geregelt, also durch, was die EU halt per Gesetzgebung ein bisschen öffnen möchte. Und ja, Apple hat da schön gegengelobbiet. Werbung Bevor es weitergeht mit dieser Folge, noch ein kurzer Werbehinweis für den Partner dieser Folge Scalable Capital. Du kennst ja wahrscheinlich schon das 4%-Zinsangebot von Scalable Capital, das weiterhin bestehen bleibt. Und du kennst wahrscheinlich auch die große Produktpalette an Aktien, ETFs und Fonds, die du über Scalable Capital handeln kannst. Aber darüber hinaus bietet Scalable Capital auch noch Zugang zu Anleihen, Derivaten, Kryptowährungen, Forex, Rohstoffen und Edelmetallen. Und das alles ist durch die Trading Flatrate im Prime Plus Broker abgedeckt, sodass du all diese Produkte beliebig oft handeln kannst. Und das Praktische bei Scalable Capital ist, dass du das von überall einfach per App erledigen kannst. Also, wenn du die App noch nicht hast, dann lade sie dir gerne runter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Aber du bist ein bisschen tiefer drin. Ja, ich wollte jetzt mal den Digital Markets Act kurz zusammenfassen. Finde ich sehr schön, dass du das erklärt hast. Weil ich hab nämlich eine sehr eindeutige, also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung. Das ist nicht meine Meinung als Finanzprofessor und als Podcaster. Das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung, die für andere Leute sicherlich nicht die exakt richtige sein mag. Vielleicht ist es auch fachlich falsch. Aber ich find das so richtig scheiße. Weißt du, ich mag das an dem Apple-Ding, dass halt kein Seppel über irgendeine andere Scheiße eine App da installieren kann, sondern dass das ein abgeschlossenes System ist. Das ist wie, es gibt so einen guten Film, so eine Dokumentation, die nennt sich Iron Sky 2. Da ist Apple quasi auch so eine Religion und das abgeschlossene System von Apple wird noch mal gelobt. Und ich find's totale Kacke, dass jetzt Drittanbieter Apps installieren können. Ich war abends noch nicht entdeckt bei mir, vielleicht muss ich das Update noch installieren. Ich bete, dass ich das irgendwo deaktivieren kann. Oder manuell Opt-in machen muss oder so. Das find ich scheiße. Und noch schlimmer ist, jetzt wollen, im Rahmen von diesem Ding sollen ja auch jetzt die großen Messenger-Dienste gezwungen werden, sich zu öffnen. Dass du quasi in WhatsApp auch nach Signal-Nachrichten schicken kannst zum Beispiel. Und das find ich auch totale Scheiße, weil mein großes Ziel ist, WhatsApp zu deinstallieren. Da bin ich noch nicht, aber ich will da hinkommen. Ich hab zu viele Leute in WhatsApp. Ich krieg da zu viele Nachrichten. Ich brauch teilweise Tage zum Antworten. Und in Signal kennt mich fast niemand. In Signal gibt es irgendwie drei oder vier Leute, mit denen ich spreche. Das ist meine Frau, mein Vater, meine Schwester und du. Und das find ich eigentlich sehr sympathisch. Also die wichtigsten Leute in deinem Leben. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und das find ich eigentlich sehr sympathisch, weil dann kann ich irgendwann vielleicht mal WhatsApp löschen. Dann werde ich nochmal zu bombardiert mit Nachrichten. Ja, find ich auch gut. Ich find WhatsApp auch scheiße. Nichtsdestotrotz nehm ich da genau die entgegengesetzte Position von dir ein. Und eigentlich müsstest du als Finanzprofessor doch dazustimmen, dass Monopolbildung immer für den Markt schlecht ist. Also sowohl für die Innovation als auch für die Kosten. Und das ist ja im Endeffekt, was das ist. Also wenn Apple quasi ein Monopol auf verschiedenste Entry Points hat, kann das ja nur für eins sorgen, dass die Produkte teurer werden, dass es weniger Innovationen gibt. Und ich kann dich beruhigen, wenn du weiterhin nur im Apple-System bleiben willst, dann kannst du das auch weiterhin tun, wenn nur den normalen App Store haben. Aber es soll halt in Zukunft andere App Stores geben. Also beispielsweise Gaming-Anbieter könnten, oder ich glaube, es gibt Gaming-Anbieter, die gesagt haben, wir machen jetzt unseren eigenen App Store, wo wir unsere Games reinladen. Und das muss halt zugelassen werden. Und wenn du das halt nicht möchtest, dann kannst du, also ist dir freigestellt, diese App Stores nicht zu installieren. Natürlich kannst du ein bisschen unconvenient, also es ist natürlich ganz convenient, wenn man dir halt alles vorkaut sozusagen. Also bei Google ist das ja auch so der Fall. Die haben ja so viele, wie soll man sagen, so viele Rechtsstreitigkeiten gehabt, weil sie halt ihre eigenen Produkte bevorzugt haben. Ich glaube, Pip Glöckner hat das mal bei uns auf dem Kanal auch erklärt, wie er mal da in so einer, in so einer, ich glaube, in so einer Gutachter-Position war, wo halt nachgewiesen werden sollte, dass Google eigene Dienste bevorzugt, obwohl sie maßgeblich schlechter sind. Also bei Google ist es so in der Suche, die müssen ja, die können ja nicht sagen, wir schließen jetzt XY aus der Suche aus, weil sie halt nahezu ein Monopol in der Suche haben. Können dann halt nicht sagen, naja, deine Shopping-Seite, die nehmen wir jetzt mal raus. Das findet aber tatsächlich viel statt und auch bis die Gesetzeslage halt so weit, also da gibt es auch alle möglichen Klagen und Apple sitzt die dann halt, oder Google sitzt die dann halt über Jahre oder ja, über viele Jahre hinweg aus, bis die Konkurrenten halt einfach pleite sind und später zahlen sie halt eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe, Milliardenhöhe. Hast du nicht da vor kurzem Post zugemacht? Die ganzen Milliarden Entschädigungszahlungen, die Apple schon geleistet hat an die EU, aber die Kohle geht dann halt an die EU und nicht die geschädigten Unternehmen, die dann potenziell aus dem Markt schon raus sind. Also du kannst dich halt bewusst falsch verhalten und aber dadurch, dass du so viel Kohle hast, kannst du dieses Verhalten so lange durchziehen, bis der Gegenüber pleite ist und wenn du dann später auf die Finger gehauen kriegst, aber die Strafe geringer ist, als der zusätzliche Profit, den du gemacht hast, dann ist das auf ein Geschäft, was du eingehen kannst und das ist so eigentlich dieser Digital Markets Act Regeln. Finde ich persönlich eine gute Sache. Ja, hört sich per se gut an. Das Problem ist erstmal bloß ganz privat, mir ist es egal. Mich würde es aufregen, wenn ich quasi außerdem auf den falschen Link klicke und dann installiert sich irgendwie ein App Store. Ich würde es mal wünschen, dass ich von mir aus irgendwo, von mir aus meinen Fingerabdruck, einen Blutstropfen und den Erstgeborenen opfern muss, damit ich einen Alternativ-App Store installieren kann. Dass es weitgehend geschützt ist. Und, aber irgendwas wollte ich tatsächlich Sinnvolles noch beisteuern. Ich gebe dir ja recht, du hast ja mit allem recht, es stört mich einfach bloß privat. Du hast gerade irgendwas gesagt, was mich noch sehr getriggert hat. Was war das? Weiß ich nicht. Google, Rechtsstreitigkeiten, Aussitzen, Apple. Ja, also sie einfach mehr Kohle haben und das ... Ja, das ist halt Kapitalismus. Ja, es ist Kapitalismus, aber der Kapitalismus funktioniert ja nicht so, wie er funktionieren soll, wenn du Monopol hast. Und darum geht es ja im Endeffekt. Es ist ja auch nichts Neues. Es gab ja immer wieder im Kapitalismus Erscheinungen, wo einzelne Unternehmen so mächtig geworden sind, dass sie quasi der Markt sind. Und die wurden in der Vergangenheit ja auch immer aufgespalten. Also bisher haben wir das bis hier noch nicht gemacht. Von daher finde ich die EU-Regulierung da schon sehr sinnvoll. Weil zumal, man muss ja auch gucken, wer volkswirtschaftlich davon profitiert. Also von dieser Monopolbindung, das sind alle Unternehmen, die hier genannt worden sind, US-Unternehmen, jetzt mal mit Ausnahme von Bydance. Und wir als Europäer nutzen diese Technologie und profitieren ja auch davon und zweifelsohne. Aber die Downside, die damit einhergeht, nämlich dieser Monopolgewinn sozusagen, der fließt komplett in die USA. Und von daher finde ich es gut, das zu öffnen und da Wettbewerb zuzulassen. Ich würde an deiner Stelle ein bisschen vorsichtig sein. Du hast einen YouTube-Kanal, in dem du die Leute zur ETF bringst. Ja, auf YouTube. Richtig. Moment, einen YouTube-Kanal, in dem du die Leute zur ETF bringst. Dann hast du eine ETF-Suche. Ja, das ist ja praktisch. Dann können wir gleich die ETF-Suche benutzen. Jetzt hast du einen Portfolio-Tracker. Also in dieser Kombination gab es das eh noch nie, die ETF-Suche und den Portfolio-Tracker in einem Unternehmen. Total krass. Dann können die Leute ihre Portfolien tracken. Und guter Content. Ja, aber guter Content, das ist sowieso auch noch. Und schlechten Content mit diesem Podcast. Also wir haben alles. Monopol, Monopol. Finanzfluss ist ein Monopol. Und wenn du nicht aufpasst, kommt die Margarete Vestager. Ich weiß gar nicht, ob sie noch immer noch ist. Aber dann kommt die vorbei und haut dir eine drauf. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Mein Hauptproblem ist, dass ich befürchte, dass sowas im Zweifelsfall wieder die Ablehnung bestimmter EU-Institutionen befördert. Weil das kannst du doch den Leuten nicht erklären. Das mal, glaube ich, jetzt bei Google. Wenn du googelst, kannst du da nicht mehr draufklicken und dann öffnet sich nicht mehr Maps. Dann musst du Maps jetzt gesondert. Das versteht doch wieder keiner. Also das ist was bei den Leuten ankommt. Was musst du machen? Ach so, genau. Wenn du googelst, genau, da wird dir automatisch Maps angeboten. Ja, aber du musst dann einfach einmal dein Default-Ding aussuchen. Und das finde ich persönlich auf dem iPhone. Du hast ein super Beispiel gebracht. Aber bei mir hat Apple immer diesen scheiß Karten-App von Apple angezeigt. Und ich hasse das wie die Pest. Wenn ich auf irgendwelche Adressen klicke, so auf WhatsApp raus oder so, weil ich zu irgendwelchen Freunden will, dann öffnet er mir diese miserable Karten-App. Aber ich möchte Google Maps haben. Und das haben sie jetzt mittlerweile nach und nach geändert, dass du deine Default-Apps aussuchen kannst. Oder Safari. Ich möchte kein Safari. Ich möchte Chrome. Safari ist geil. Ich will halt auf gar keinen Fall Chrome. Und weißt du, wenn ich Safari draufklicke, Und das ist dir freie Markt. Und dann geht Google Maps auf. Dann darfst du deinen Cox-Browser selbst aussuchen. Endlich Internet Explorer auf mein iPhone. Was gibt's Besseres? Ja, das war ja, glaube ich, auch, das war tatsächlich, oder? Dass du bei Windows, wenn du Windows zum ersten Mal installierst, musst du dir einen Browser aussuchen. Dann popst du auf, hey, es gibt folgende Browser. Ich glaube, das war auch die EU, die Microsoft dazu gezwungen hat. Ja, aber ja, finde ich gut. Also, ich finde das rundum eine positive Sache. Und ich glaube nicht, dass das EU-Institutionen ablehnt. Also, ganz im Ernst, diese Sache, dass Apple jetzt dazu gezwungen wurde, einen endlichen USB-C-Charger. Das nicht, da hast du völlig recht. Aber jetzt, ich sehe die Zeitungsartikel im Moment überall. Deswegen kannst du jetzt von Google Suche nicht mehr direkt in Maps wechseln. Also, das ist das, was bei den Leuten halt hängen bleibt. Also, kannst du schon. Du musst halt einfach nur einmal hinterlegen, dass Maps dein Dienst der Wahl ist. Aber es gibt auch bessere App-Anbieter, also bessere Kartenanbieter. Einmal, wir haben uns tatsächlich, ich war mit meiner Frau in Georgien, waren wir auf einem Roadtrip gewesen und sind einfach stumpf Google Map gefolgt bis zum Punkt, wo wir komplett lost irgendwo im Wald waren, auf irgendeinem Weg, wirklich, der nicht für Autos vorgesehen war und nicht mehr weggekommen sind. Und dann mussten wir tatsächlich zu Fuß weitergehen, haben dort zwei Bauarbeiter getroffen, die dann mit ihrem Traktor gekommen sind, um uns aus dem Wald rauszuziehen. Kein Schock. Und das ist einfach nur, weil wir Doofan und Google Maps blind gefolgt sind. Und vielleicht kannst du ja in Zukunft dann irgendwann ein bisschen Georgien unterwegs und dann heißt es hier, eine lokale georgische Maps-Plattform, die nicht mehr... What could possibly go wrong. Ja, aber die halt einfach, die einfach nicht irgendwie irgendwelche abgelegenen Waldwege führt oder so. Keine Ahnung. Ich finde, ich glaube, das kann die Welt besser machen. Ich kenne jemanden, der ist durch eine Fußgängerzone gefahren, weil Google Maps gesagt hat, er kann da durchfahren. Ja. Wir haben auch teilweise, wir sind auch teilweise, also Google Maps, also Georgien geht gar nicht, muss ich euch sagen. Also Google Maps und Georgien are no friends, definitiv. Das sucht euch einen anderen Anbieter. Ich bin auch über eine zweifach durchgezogene Linie rechts abgebogen, weil Google Maps das gesagt hat. Beziehungsweise meine Frau, genau, meine Frau ist abgebogen. Das würde ich in der Stelle jetzt auch sagen. Genau. Weil sie Maps gefolgt ist und ich habe ihr gesagt, du musst hier rechts abbiegen. Und sie so, da ist aber eine durchgezogene Linie. Ja, aber wir müssen da jetzt rüber, das sagt Maps. Und ungelogen, kurz nachdem wir das gemacht haben, heult eine Polizeisirene auf. Polizei kommt, bringt uns auf die Seite und wir haben kurz mit denen geredet und so weiter und die haben gesagt, kurz erhobener Zeigefinger und haben gesagt, jetzt müsst ihr nochmal zurückfahren. Ne, ne, wir haben nicht geschmiert, die waren super nett. Als deutscher Georgien bist du sowieso immer willkommen, habe ich das Gefühl. Super, alle super nett. Also ich würde mal nach Batumi, aber erzähl weiter. Und die einzige Strafe, die wir hatten, war, dass wir kehrtwende müssen und in die andere Richtung wieder zurückfahren, dass wir also keinen Vorteil daraus ziehen, die doppelte durchgezogene Linie überkreuzt zu haben. Aber keine Strafe. Sehr, sehr nette Polizei. Aber ja, danke Google Maps, die Rechnung hätte ich gleich weitergeleitet. Okay, sorry, also Digital Markets Act. Ja. Habe ich mich ungelebt gemacht beim Publikum. Ja, und was mich auch anbietet, ist tatsächlich diese widerliche Lobbyarbeit, die Apple da leistet. Also das ist echt, die können sich halt erlauben und du bist ja quasi deinen Shareholdern verpflichtet und bla bla bla. Deswegen musst du natürlich alles tun und so weiter. Aber ich finde es schon gut, dass die Europäische Union sich da nicht freut. Aber schau, ich glaube, dass es der falsche Approach ist. Die Europäische Union sollte doch eher als einer der größten Shareholder von Apple, also die EZB ist ja einer der... Moment, bring jetzt das durcheinander. Ah, nee, fuck. Schau, mein Schlafmangel hat mit der Schweiz. Nee, mit der Bank... Mit der Schweiz, richtig. Gott. Die Schweiz hat richtig viel Apple-Aktien, ne? Ja, ja, die Schweiz, die EZB. Also was für eine grenzdebile Aussage ich hier heute treffe. Du, mein Schlafmangel ist wirklich... Mein Schlafmangel ist wirklich auf... Die Schweizer, genau. Dann sollten wir uns auch mal mit den Schweizern wieder anfreunden, weil da sanktionieren wir uns ja gerade noch gegenseitig. Deswegen kannst du Schweizer Aktien an keiner EU-Börse handeln. Mit den Schweizern anfreunden und dann kann die Schweiz einfach was machen. Oder noch besser, die EZB druckt einfach ein paar Euros und kauft dann mit Apple-Aktien. Und dann kann sie ja direkt auf der Hauptversammlung dem Tim Cook auf die Fresse holen. Finde ich gut. Finde ich gut. So ist unser Wirtschaftssystem jetzt nicht aufgesetzt, sondern es gibt Kartellbehörden und Kartellrecht. Aber der alternative Weg über einfach Printing Money und Making Pressure finde ich auch nicht schlecht. eine aktivistische EZB. Genauso könnte die EZB ja auch Bitcoin einfach beenden, indem sie einfach ohne Ende Geld druckt und Bitcoin kauft. Scheiß drauf. Irgendwann wird jeder schwach, weißt du? Wenn deine 0,5 Bitcoin jetzt eine Million wert sind und so, dann verkaufst du auch deine 0,1 Bitcoin, egal wie viel Ideologie drin steckt. Ja, das ist ja gar nicht so völlig absurd, weil die Notenbanken ja durchaus relativ große Goldpositionen haben. Und jetzt kannst du ja theoretisch schon mit argumentieren, wenn du sagst, Bitcoin ist eigentlich digitales Gold, was jetzt übrigens JP Morgan auch nochmal zumindest nahegelegt hat, dass man so aufpassen könnte. Zumindest für ihre P&L. Es ist definitiv digitales Gold. Es ist sogar richtiges Gold. Dann kannst du ja wirklich argumentieren, dass so eine Notenbank auch Bitcoin halten sollte. Ja, voll. Ja, aber die können ja richtig feindliche Hostile-Takeover machen. Bam, bam, bam. Alles kaufen, weißt du? Ja, ein steigzeugiges. Und dann provokativ alles auf den Ledger mit einer Proven Address überweisen, weißt du? Und das dann publicly kaputt machen, weißt du? Genau. Und dann sagen, Bitcoin ist jetzt over. Es wurde gerade zerhämmert und in den Main geworfen. Und die restlichen Bitcoins steigen ja dann. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Es gibt keinen Rest. Die kaufen alle. Kaufen alle. Ja, ich sag dir, ab einem gewissen Preis wird jeder schwach. What the Finals? Gut. Ja, das bringen wir zum Thema. Ja, sollen wir zum Thema oder möchtest du erst noch darüber sprechen, warum du in der Apotheke die Polizei rufst? Das können wir gerne später noch anschließen, wenn wir noch Zeit haben. Das ist so eine zeitlose Story, die auch immer noch ongoing ist. Aber wir können, ja, wir können erst mal was anderes machen. Okay, aber jetzt haben wir halt schon so hart geteasert, das müssen wir jetzt schon am Ende bringen, ne? Wenn nicht, dann, äh... Dann gibt's... Aber okay. Gut, gut, gut. Ich highlight es mir mal in neongelb, damit wir es nicht vergessen. Okay, wir wollten heute mal über Bitcoin sprechen, denn das ist ja mal wieder so ein Thema. Wir haben es, ups, we did it again, wir haben die Audacity gehabt, mal wieder ein Video zum Thema Bitcoin zu produzieren. Dabei musst du natürlich wissen, dass es auf Bitcoin-Videoproduktion ein Monopol gibt, und zwar nur von Leuten, die komplett Bitcoin-brainwashed sind, also Orange Pilled, nennt man das, Orange Pilled sind, und wissen, dass Bitcoin die nächste Weltreserve-Währung gibt. Alle, die nicht davon überzeugt sind, dürfen systematisch keine Bitcoin-Videos produzieren, vor allem nicht mit mit kritischem Inhalt. Wusstest du das? Finde ich gut so. Ja, finde ich gut so, weil du verbreitest ja eh bloß irgendwie FUD in deinen Videos, oder? Genau. Fear, Uncertainty, Doubt. Ja, doch. Fad, genau. Nein, Scherz beiseite. Vielleicht Mini-Disclaimer. Vielleicht Mini-Disclaimer vorab. Ja, ich bin kein Bitcoin-Gegner. Ich bin nur, ich mag nur die Bitcoin-Community mittlerweile nicht mehr. Punkt. Sie mag dich, glaube ich, auch nicht. Also es beruht auf Gegenseitigkeit, oder? Ja, aber was ich gar nicht nachvollziehen kann. Erstens habe ich Bitcoin. Ich habe auch noch nie Bitcoin verkauft. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Wir haben das meistgesehenste Bitcoin-Erklärt-Video in Deutschland produziert. Was ist Bitcoin? Bitcoin, vor zig Jahren schon. Und ich war in El Salvador, um mir das mal anzuschauen. Aber gut, anyways. Reicht, reicht der Crypto-Community nicht. Du hast gesagt, es hat keinen ökonomischen Nutzen. Genau, und darauf würde ich heute eigentlich gerne eingehen. Ich habe heute mal ein paar ökonomische Use Cases, und die würde ich gerne mit dir eins zu eins durchdiskutieren. Nichtsdestotrotz diskutieren wir erst mal, weil wen interessiert schon Use Case, wenn man rich werden kann? Du hast ja einen Post dazu gemacht von Analyse von JP Morgan, wo sie dir quasi 100% sicher garantieren, dass der Kurs auf 150.000 US-Dollar pro Bitcoin gehen wird. Erklär mir, was steckt dahinter? Ja, ich fand die Argumentation ganz nett, deswegen ganz kurz bloß. Also die Überlegung ist im Prinzip folgende. Bitcoin, welchen Asset kann man es am ehesten vergleichen mit Gold? Also Bitcoin könnte als digitales Gold aufgefasst werden. Es ist genauso nutzlos wie Gold, aber wenn sich alle einigen, dass es quasi Wertspeicher ist oder sonst was, dann kannst du es wie Gold auffassen. Aus Gold kann man immer in Schmuck machen, möchte ich dazu noch am Rande erwähnen. Das ist richtig, und das ist, glaube ich, manchmal kann man auch, wenn ich mich nicht täusche, so einen saisonalen Effekt im Goldpreis sehen, wenn die indische Hochzeitssaison anfängt. Kein Spaß, kein Spaß, glaube ich wirklich so. Naja, jedenfalls, jetzt kommt, ist es von so einem, kommt es aus so einem Briefing von JP Morgan, dass sich Flows und Liquidity schimpft oder sich auf Flows und Liquidity fokussiert. Das heißt, die argumentieren nicht fundamental, kannst du dir vielleicht eh nicht an Bitcoin, aber wo du gehst, sondern die argumentieren einfach, was passiert, wenn alle Leute, die bisher Gold im Portfolio haben, aus Anlageperspektive, dieses Gold gegen Bitcoin tauschen. Und Gold hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 3.300 Milliarden Dollar in Anlageportfolien. Die Leute, die jetzt Schnappatmung bekommen und sagen, es gibt doch nicht, Gold hat 14 Milliarden. Also es sind eigentlich 14.000 Milliarden, aber nur 3.300 werden quasi in, sagen wir mal, institutionellen Anlageportfolien gehalten. Der Rest ist halt deinem Schmuck oder ich weiß gar nicht, ob die Notenbank da dazu zählt oder es wird von sonst eben daheim irgendwie im Keller aufbewahrt mit dieser Pumpkan dabei. Naja, und jetzt ist die Überlegung, wo... Aber das könnte ja rein theoretisch trotzdem auch auf den Markt geschwemmt werden. Also das sollte man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Könnte, könnte. Deswegen kannst du das als Lower Boundary quasi sehen, was sie jetzt ausrechnen. Also die Annahme ist jetzt einfach, jeder, diese 3.300 Milliarden, die Gold als Marktkapitalisierung in Portfolien hat, das wird jetzt von Bitcoin eingenommen und dann kommst du halt drauf, dass der Bitcoin-Kurs irgendwie bei 150.000 Dollar liegen muss, damit Bitcoin auf eine Marktkapitalisierung von 3.300 Milliarden kommt. Das Spannende finde ich aber jetzt, jetzt musst du aber gucken, Gold ist ja weniger volatil wie Bitcoin und viele institutionelle Portfolie allokieren nicht in Terms of Value, sondern in Terms of Wohler Contribution. Also super vereinfacht gesprochen, auch wenn die Rechnung nicht ganz richtig ist, wenn Gold, Sie haben es ausgerechnet, 3,7 mal weniger volatil ist als Bitcoin oder Bitcoin oder Bitcoin ist 3,7 mal volatil Gold, dann muss die Bitcoin-Position um diesen Faktor entsprechend niedriger sein. Und dann kommst du halt drauf, okay gut, dann machst du halt keine 3.300 Milliarden Marktkapitalisierung Bitcoin in Insti-Portfolien, sondern nur 900 Milliarden. Dann landet der Bitcoin-Kurs bei 45.000 Dollar. Achso, wenn du nach Wohler gewichtest und nicht der Marketcap. Wobei man dazu sagen muss, Marketcap-Gewichtung, also gerade im ETF-Bereich, ja Klassiker. Aber es ist ja kein wirkliches institutionelles Portfolio, so ein ETF. Das ist ja einfach Marktbeta. Klar, wenn du jetzt anfängst, Bitcoin in ETFs. Nichts gemanaged ist, sozusagen. Genau, genau. Oder kann schon sein, aber wir reden ja über passive ETFs immer. Genau, ausschließlich. Ja, okay. Fand ich ganz interessant. Ja, aber eine Frage habe ich dazu noch. Es fundiert ja jetzt quasi alles auf der Annahme, dass Asset-Manager ihre Gold-Position rausschmeißen und gegen Krypto swappen oder einfach nur Bitcoin gleichziehen auf Gold. Weil das hieß ja dann gleichzeitig Bitcoin auf 150, Gold auf 0. Ja. Okay. Realistische Annahme. Es geht, glaube ich, nicht dahingehend zu argumentieren, dass das passieren wird, sondern es geht einfach bloß so ein Gedankenspiel mal zu machen. Was sind denn so potenzielle Upside-Cases? Und dann kommst du halt, wenn du diesem Argument folgst, das hat ganz, ganz viele Schwächen, da bin ich voll bei dir, aber dann würdest du halt auf diese 150.000 kommen oder eben wohler gewichtet auf, wir haben sogar diesen Upside-Case schon überschritten. Ich halte das selber auch für nicht sehr sinnvoll, weil ich glaube, dass diese Spekulationsmanie, die wir im Moment haben, gerade erst beginnt und, keine Empfehlung natürlich, aber es sieht für mich jetzt noch nicht so aus, als es ist jeder, der bis an die Zähne long gehen kann, bis an die Zähne long, dass das gerade erst beginnt und es gibt ja, es geht ja hier nur um institutionelle Anlageportfolien. Du kannst ja auch plötzlich anfangen, als Firma einen Teil deiner Cash-Reserve in Bitcoin aufzubewahren oder sogar so psychopathisch sein, wie dieser Typ von, wie heißt die, MicroStrategy? MicroStrategy. Also wenn ich mir den Unternehmenswert anschaue, war das die richtige Entscheidung. IT-Buden gibt es genug, aber jemand, der sich komplett hoffnungslos in Bitcoin overleveraged? Ich würde es gar nicht kritisieren, ich bezeichne mich ja selber auch als... Ja, ich finde das ja nett. Also ein netter Psychopath. Den Michael Saylor mag ich ehrlich gesagt. Ich mag den Typen von Softbank nicht. Ich glaube, das ist ein richtiger Psycho. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich gucke mal gerade MicroStrategy Market Cap, wie die sich entwickelt hat. Aber die müsste ja jetzt gerade wieder to the moon gehen, weil Bitcoin to the moon geht. Übrigens ganz geil, von was ich nie wirklich Fan gewesen bin. Ja, MicroStrategy 10% hoch an einem Tag. Change des Jahres 691%. What? Okay. Okay, MicroStrategy geht komplett durch die Decke. Ja gut, die haben ja Bitcoin sogar geleveraged. Also sehr, okay. Ja, die geben Anleihen aus und kaufen mit Fremdkapital Bitcoin. Why not? Bestes. Genau, also das ist soweit zur Bitcoin-Thematik. Aber es gibt ja immer wieder hier diese Use-Case-Debattierung. Deswegen habe ich mir gedacht, was gäbe es nicht für ein besseres Format, um hier mal über Bitcoin-Use-Cases zu sprechen. Deswegen, ich habe einfach mal ein bisschen was runtergeschrieben und du sagst mir mal so ein bisschen, wie du das siehst, dass ich nicht immer derjenige bin, der hier Use-Cases kaputt macht. Und am Ende habe ich sogar noch jemanden, den ich ziemlich respektiere, der eine ähnliche Aussage getroffen hat. Also, first thing, so das Hauptding von Bitcoin war doch gewesen, es ist eine dezentrale Zahlmöglichkeit, ein dezentrales Zahlungsnetzwerk. Im Endeffekt ging es ja darum, also das, was ich mal immer als Argument gehört habe und was auch irgendwo einleuchtend ist, ist das Cut-Out-The-Mittelman. Also es gibt nicht irgendwelche Banken dazwischen, die dich zensieren können oder was weiß der Geier war, sondern einfach, du hast ein hocheffizientes Zahlungssystem, wo ich meine Dogecoin, sorry, Bitcoin von Holger zu, von mir zu Holger transferieren kann. Die Dogecoin laufen ja andersrum. Und ja, wie siehst du diesen Use-Case? Ist Bitcoin ein internationales, dezentrales Zahlungsmittel, wo interessante Flows drüber laufen? Die Theorie kannst du es ja schon für sowas benutzen, aber ich glaube, Ja, der theoretische Use-Case besteht, definitiv. Aber der praktische halt nicht. Ja, genau, weil in der Praxis finde ich es als USA zum Beispiel ja schon gut, wenn ich den Dollar als, auch wenn das jetzt relativ neu ist, aber den Dollar als Waffe einsetzen kann. Diese Option fehlt mir ja dann, wenn alle Bitcoin machen. Genau. Das war es auch nicht negativ gemeint, sondern es ist... Ja, aber ich glaube, dieses Cut-Out-The-Mittelman hat einfach nicht funktioniert bis jetzt. Also es gibt immer wieder Argumente, ja, die Blockchain ist so schnell voll, dem entgegen kannst du halten. Es gibt ja das Lightning-Netzwerk, wo ich auch Fan von bin. Ich habe ja selbst einen Lightning-Node aufgesetzt, aber das nutzt halt keine Sau und vor allem nicht zum Bezahlen. Und damit ist dieser Use-Case in der Theorie bestehend, aber in der Praxis einfach null Anwendung. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Thema digitales Gold. Irgendwie hat sich dann das Narrativ geändert von wegen, ah, wir können jetzt endlich pseudonymisiert bezahlen, international und so, brauchen keine Banken mehr, Visa, Master sind ganz böse. Wie ist es da der Use-Case digitales Gold? Ja. Ist da. Also das finde ich irgendwie am realistischsten. Weil Gold hat ja wirklich nahezu keinen ökonomischen Nutzen. Und du nimmst das und wie Buffett sagt, du greibst es auf dem einen Ende der Welt aus, dann stellst du in den Flieger rein, fliegst es zum anderen Ende der Welt und grebst es da in dein Tresor wieder ein und da bleibt es dann drin liegen. Also das kannst du auch mit Bitcoin machen und vielleicht sogar ein bisschen effizienter. Klimafreundlicher. Ah, wobei, ich weiß nicht, was ich meine. Ja, aber da bin ich d'accord mit dir. Also wenn wir über einen Use-Case reden, der aktuell interessant ist, dann ist es wirklich das Thema digitales Gold. Aber dafür muss man sich mal die Frage stellen, warum investierst du denn in Gold? Eigentlich möchtest du ja ein dekorreliertes Asset haben, am besten so dekorreliert, dass es durch die Decke geht, wenn die gesamte Welt abraucht aufgrund des Dritten Weltkriegs, oder? Also so sehe ich zumindest den Use-Case Gold. Also das eine ist ein bisschen das Rationalere zu sagen, ich möchte gerne dekorreliertes Asset, Rohstoff ins Portfolio dazu mischen und so weiter. Und dann gibt es ja die Leute, die mit Weltuntergangsszenarien spielen. Du brauchst als, letztes Mal erst von so einem YouTube-Ökonomen irgendwie gesehen, der sagt, die Zentralbanken sollen doch ihr Gold verkaufen, weil die Währung sei ja nicht goldgedeckt und das würde der Bevölkerung einfach was Falsches vermitteln, wenn die Zentralbanken Gold halten. Was per se richtig ist, aber was da ignoriert wird, ist, du brauchst zum Beispiel als Zentralbank Fremdwährungsreserven. Das kann jetzt eine andere Währung sein, das könnte auch Gold sein. Weil, wenn deine eigene Währung zu stark wird, das ist kein Problem, die kannst du immer vereinfacht gesprochen durch Moneyprinting wieder schwächer machen. Wenn aber deine eigene Währung zu schwach wird, kannst du die nur dann stärken, wenn du sie zurückkaufst. Da musst du aber irgendwas anderes dafür verkaufen. Dementsprechend brauchst du per se irgendwelche nicht in deiner eigenen Heimatwährung gehaltenen Reserven. Und das kann dann halt von mir aus wie die Bank of Japan, oder Japan an sich, die halt irgendwie von einem Jahr waren es noch 1200 Milliarden, ich weiß nicht, wie viel es jetzt haben, in US-Dollar-Reserven rumliegen haben. Teilweise in Treasuries, teilweise bei der Reverse Reap Facility für Ausländer etc. Das kannst du aber auch mit Gold machen. Also Gold kannst du auch als so ein Mittel sehen. Und das könnte ja zum Beispiel auch Bitcoin sein. Theoretisch auch eine andere Wertpapiere, ne? Also die Zentralbanken decken sich ja mit Apple-Aktien ein, zum Beispiel. Die Schweizer, genau. Die Schweizer. Und wenn die Schweizer jetzt mal Lust hätten, den Schweizer Kurs ein bisschen zu drücken, also den Währungswechselkurs, könnten sie einfach fette Apple-Aktien-Paket auf den Markt schmeißen. Und dafür wieder Schweizer Franken einsammeln. Was ihn stärker machen würde, sorry. Genau, ich habe das selber gerade nachgedacht. Umgekehrt, umgekehrt. Umgekehrt, genau. Also stärker, stärker machen ist per se easy. Das kannst du immer. Da brauchst du keine Währungsreserven. Da druckst du deine eigene Währung und kaufst irgendwas damit. Aber stärker machen ist schwieriger. Da brauchst du, musst du irgendwas verkaufen können. Brauchst du halt Assets, ja. Genau, brauchst du Assets. Und oftmals ist es halt so, dass viele Notenbanken, die irgendwelche Shitcoins als Währung haben, wie zum Beispiel, gut, die Japaner ist jetzt ein Gegenbeispiel. Aber die haben halt dann oftmals keine Assets. Und deswegen ist es eigentlich nicht schlecht, wenn so eine Notenbank signifikante Assets rumliegen hat. Ob das jetzt Gold oder Bitcoin ist, ist dann eigentlich schon fast wurscht. Ja, eben. Also egal, ob Gold, Bitcoin oder Apple-Aktien. Oder Anleihen von halbwegs solventen Staaten. Die können sie auch wieder rausschmeißen. Also auf den Markt geben, verkaufen. Okay, ja. Also das... Siehst du irgendwelche anderen Use Cases bei Bitcoin? Also ich habe mal aufgeschrieben, illegale Transaktionen. Aber das ist ja sehr wahrscheinlich kein Use Case, den ein Bitcoiner gerne hören würde. Zumindest nicht, wenn es was ist, was du gerne... Also wenn es ein Asset ist, was irgendwie Relevanz bekommen soll, dann möchtest du ja gerade dieses Illegalitätsstigma loswerden. Nichtsdestotrotz, ich habe ein bisschen Dark Web geschaut, also Zahlen mit Bitcoin ist eher Standard als Ausnahme. Also generell kann man ja schon diesen Case machen, dass du unabhängiger bist vom Bankensystem. Also so ein Beispiel jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie schlimm das jetzt noch ist. Aber wenn du als Iraner in Deutschland bist, weil du von mir aus hier studierst, arbeitet oder sonst was, warst du mir das in der Vergangenheit mal super schwer, überhaupt ein Bankkonto zu bekommen. Weil dann alle gesagt haben, puh, US-Sanktionen. Also dieses generelle, du kriegst kein Bankkonto, weil du irgendwas Böses gemacht hast, wie zum Beispiel im falschen Land geboren worden zu sein oder sonst was. Den Pass kannst du ja witzigerweise auch nicht abgeben. Da kannst du ja schon argumentieren, dass dann so Bitcoin besser wäre. Aber dazu bräuchtest du halt das als Zahlungsmittel, was ich irgendwie nicht sehe. Sehr gute Anmerkung. Wir hatten tatsächlich mal diesen Case. Wir hatten mal jemanden, der uns auf der, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Jedenfalls hat er mal was Entwicklertechnisches für uns gemacht. Er hat mir so einen kleinen Freelance-Auftrag. Und das war tatsächlich ein Iraner gewesen. Ich weiß nicht, ob er im Iran war oder nicht. Und wir hatten keine Möglichkeit, ihn zu bezahlen. Und da hat er auch angeboten, das mit Kryptowährungen zu machen. Da habe ich gesagt, also ich würde es schon gerne irgendwie legal halten. Also im Sinne auch, dass unser Steuerberater das auch anständig verbucht kriegt und so. Und irgendwie haben wir das dann irgendwie anders gelöst gekriegt. Also es gab jemanden in Deutschland, den wir dann ganz normal zahlen konnten, der uns eine Rechnung geschrieben hat und so weiter. Also diesen Use Case gibt es. Bin ich total d'accord mit dir. Ich finde, es gibt auch den Use Case, zum Beispiel NGOs in irgendwelchen Diktatoren, in irgendwelchen Diktaturen zu unterstützen. Also Bitcoin ist ja tatsächlich zensurresistent. Also du könntest ja tatsächlich irgendeine oppositionelle Organisation sonst wo auf der Welt unterstützen, die jetzt zum Beispiel nicht so demokratisch ist wie wir. Sei jetzt mal dahingestellt, wie das zu bewerten ist. Also sag doch gleich, dass du Frankreich meinst. Aber erzähl mal. Nee, ich meine mit Frankreich, genau. Aber das kann natürlich auch anders genutzt werden. Also zum Beispiel gegen die Russland-Sanktionen werden ja auch nachweislich mit hohen Bitcoin-Transaktionen versucht zu umgangen. Also es kann in die beiden Richtungen wirken. Und um für mich einen Use Case zu haben, also dein iranisches Studentenbeispiel ist natürlich super gut, aber rechtfertigt für mich halt keinen Use Case von 1,4 Trillionen, nee, in Deutschland hat man, also 1400 Milliarden Marktkapitalisierung. Oder? Dafür gibt es einfach nicht genug iranische Studenten. Boah, aber die haben ja alle, die haben ja Öl. Also sie sind natürlich erst reich, wenn sie das Öl jetzt immer mehr verkaufen dürfen, weil die USA ja die Sanktionen lockern. Nein, also es war natürlich ein Witz, bevor jetzt jemand irgendwie denkt, das war ernst gemeint. Nee, keine Ahnung. Also mir fallen ehrlich gesagt auch, also wenn wir mal offen über das Thema Use Cases sprechen, was du ja immer wieder sagst, dass Bitcoin kein Use Case hat. Das sage ich ja nur zum Spaß. Jetzt hier bist du in die Schuhe, genau. Nee, aber ich habe auch tatsächlich ein sehr, sehr gutes Interview gesehen bei Finance Forward von Fabian Spielberger. Das ist der Gründer von MyDeals und auch ganz vielen anderen Deals-Plattformen. Das ist mittlerweile im dreistelligen Millionenbereich bewertete Unternehmensgruppe. Privat, also nicht an der Börse. Und der sich auch, also den schätze ich sehr für das Thema Bitcoin. Der hat nämlich übrigens damals, lass mich mal kurz überlegen, ich glaube 2017 oder 2018 hat er jedem Mitarbeiter bei sich einen Bitcoin geschenkt. Geil. Und wer den nicht haben wollte, dem hat er den zum Spotpreis abgekauft. Damals war der Bitcoin noch unter 10.000. Und er meinte, er hätte Entwickler bei sich im Team, die deutlich reicher sind als er, weil er viel mehr in Bitcoin, weil die früher in Bitcoin rein sind. Oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Auf jeden Fall, die schon lange nicht mehr dort arbeiten müssten als Entwickler. Und er hat sich sehr, sehr, also der beschäftigt sich super viel mit Krypto. Also nicht nur Bitcoin, sondern auch alle anderen Sachen. Und dem seine Meinung schätze ich schon sehr. Und auch seine Aussage war gewesen, Bitcoin steht jetzt so vor der Herausforderung, dass es entweder gegen Null gehen wird oder dass es nochmal deutlich, deutlich mehr wert werden wird. Weil, jetzt zitiere ich ihn, der Anwendungsfall, den Bitcoin aktuell hat, ist nicht relevant. Und deswegen ist es derzeit ein reines Spekulationsobjekt. Du sagst es immer so als Zeit, es ist was Negatives. Dass es ein Spekulationsobjekt ist. Nein, ich sage ja selbst, ich bin Bitcoin investiert. Und für mich ist es eine Spekulation auf einen potenziellen zukünftigen Use Case. Aber vielleicht brauchst du das ja gar nicht. Vielleicht ist die Spekulation an sich ja schon der Use Case. Genau, ich warte einfach, bis es über 100k ist und verkaufe ich. Da steigt es wahrscheinlich auf 200 bei meinem Glück. Ja, aber das ist ja der, aber das Problem ist ja, also was heißt das Problem? Dann ist es doch eigentlich nichts anderes als ein Ponzi-Scheme, oder? Also das heißt ein Ponzi-Scheme. Im Endeffekt hoffst du einfach nur, dass dir jemand in Zukunft deine Bitcoin teurer abkauft als in der Vergangenheit. Ohne, dass da irgendwas dahinter, als du sie gekauft hast. Also ohne ökonomischen Wert dahinter. Der Grund, warum 80% der Leute überhaupt Aktien kaufen wahrscheinlich. Und dann, aber wenn du so böse argumentierst, dann kann ich auch sagen, das gesamte Rentensystem ist ein reines Schneeballsystem. Ist ja auch so. Jetzt geht es halt kaputt, weil es zu wenig Neue gibt, die einzahlen und zu viel, die auszahlen wollen. Es ist einfach ein Schneeballsystem. Jetzt kannst du halt mit irgendwelchen Argumenten kommen. Da kennt man die Hintermänner, bla 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 bla. Dann auch eine Differenzierung. Ponzi-Schneeball ist glaube ich auch nicht das Gleiche. Aber who cares? Aber es ist letztlich vom Prinzip her eigentlich nichts anderes. Also du würdest sagen, wenn Bitcoin einfach nur ein reines Spekulationsobjekt ist, ohne dass man Schmuck draus machen kann, ist das für dich ein rechtfertigter Use Case für zum Mund zu gehen. Ich verstehe immer nicht, warum sich alle Leute so viele Gedanken machen. Hat das jetzt ein Use Case? Hat es keinen Use Case? Warum kauft man das? Es steigt. Und wenn es steigt, ist gut. Und alles andere ist mir persönlich wurscht. Also solange ich es jetzt dann irgendwann verkaufen kann und steuerfrei 10% Rendite einsammle. PD. Pro Tag. Nein. Dann bin ich happy. Also ich finde generell macht sich auch die Finanzcommunity zu viel Gedanken über. Also im Sinne von, wenn jetzt einer irgendwie eine Aktie vorstellt, sagt er, kauf die. Dann gibt es ganz viele Leute, die kommentieren und sagen, bist du blöd? Du kannst die doch nicht kaufen, weil bla bla bla. Dieses, dieses. Aber da gibt es wenigstens einen Austausch zu. Da gibt es wenigstens einen Austausch zu. Ich meine, bei Aktien kann man ja fundamental argumentieren. Bei einer Aktie gehst du davon aus, dass das Unternehmen in Zukunft höhere Dividenden produziert, durch höhere Gewinne. Ja, aber es argumentiert doch keiner fundamental. Ich habe letztens ein Video gesehen, da ist einer auch gefragt worden, machst du Fundamentalanalyse? Und die Antwort war, ja, mach ich schon, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist mir wichtiger, wo das Unternehmen sitzt und welchem Land es seinen Umsatz macht. Also so denken, ich glaube, keine Ahnung, es war irgendwie eine komische Antwort. Es macht doch keiner eine fundamental Analyse wirklich. Im Retail-Bereich, aber da, wo die echte Kohle ist, da wird ja schon, da versuchst du ja schon, auf die richtigen Werte zu setzen, wenn du aktiv unterwegs bist, oder? Das ist richtig, das ist richtig. Wobei natürlich auch wieder, wenn du jetzt bei irgendeiner großen Asset-Manager so einen klassischen Global-Equity-Fonds hast, da wirst du ja auch nicht viel selber machen, sondern da kriegst du halt die Reports von den Banken, dann liest du die halt durch und basierend darauf entscheidest du. Aber du sagst, bei Aktien diskutieren die Leute wenigstens. Ja, aber es wird ja auch nicht darüber diskutiert, hast du da jetzt den richtigen Discount-Faktor benutzt? Also ich würde da lieber einen anderen. So diskutiert ja keiner. Ja, beim Insti-Bereich schon, oder? Also, nee. Also ich, keine Ahnung, ich habe das so gelernt, dass man halt ein echtes DCF-Modell macht, Peer-Multi-Bereich bewertet. Ja, aber du nimmst es halt von den Banken. Die Banken haben das ja auch. Ja, letzter Unterschied von Goldman runter. Genau, verstehst du halt nicht. Also was heißt, verstehst du nicht? Du kennst halt nicht die Driving-Factors und ich bin mir relativ sicher, dass die Private-Side bei Goldman, also die, die quasi eine Transaktion, vorbereiten oder so, andere Excel-Sheets machen, als die, die von Analysten public gemacht werden. Weil da ist ja echt was dahinter. Die, die Analysten, die public machen, muss ja einfach nur zeigen, dass die Aktie, warum man die auf Buy einstuft, weil das ein großer Kunde ist. Ja, wobei das schon, also da hast du schon Zugriff auf die Excel-Sheets. Die kannst du schon runterladen. Das sind schon relativ große Sheets mit Earningsschätzungen und so weiter. Aber klar, wo die herkommen und wie valide die dann immer sind, das ist eine andere Geschichte, genau. Aber immerhin, also ich meine, da ist schon mal was dahinter. Also da haben sich Analysten echt Gedanken drüber gemacht. Naja, okay. Also Bitcoin, reines Spekulationsobjekt und wir sind fein damit. Kann man das so zusammenfassen? Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich lehne diese ideologische Diskussion ab. Ja. Okay. Du stimmst dich nachdenklich. Aber okay, dann letzter Use-Case. Nur um jetzt ins Marktzeug überzugehen, ist Bitcoin ein Inflationsschutz? Haben wir doch, haben wir schon oft in diesem Podcast gesagt, als die Inflation kam, war Bitcoin Inflationsschutz. Alles wurde teurer, Bitcoin nicht. Also es schützt vor Inflation. Kann man nochmal sagen, ist richtig so. Sehr gut. Die Wochenhighlights. Und damit sind wir auch schon beim Marktzeug. Was macht die Inflation? Sie hat schockiert. Als ich meine Push-Notification reingekriegt habe, dass die Inflation über Erwartung ist, habe ich gesagt, jetzt stürzt alles ein. Das Kartenhaus bröckelt. Und dann ist der Markt gestiegen. Ja eben. Aber sag uns. Sorry, ich wollte mich vorab greifen. Also es war eigentlich ganz lustig. Wenn man sich die annualisierten Zahlen anschaut, dann wurde in der Headline 3,1 erwartet. Es kam dann 3,2 rein. Und in der Kerninflation wurde 3,7 erwartet. Es kam 3,8 rein. Also so ein Ticken höher als erwartet. Aber jetzt unabhängig davon hat der Markt wohl mit Schlimmerem gerechnet, nachdem wir im Januar so einen Schock nach oben gehabt haben. Unabhängig davon, was ich ganz interessant fand, wenn man sich einfach mal, diese Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind ja immer auf zwölf Monate gesehen. Und da hast du halt diese sogenannten Basiseffekte drin. Je nachdem, was der Monat dann vor zwölf Monaten gemacht hat, der dann rausfliegt in Relation zu dem, der dann reinkommt, kann man vielleicht nicht so schön interpretieren. Und wenn du einen Spike hattest vor zehn Monaten, dann dauert es halt noch entsprechende zehn Monate, bis der aus den Zahlen verschwindet. Genau, genau. Also zwei Monate hast recht. Deswegen finde ich es ganz interessant, was Bloomberg mal gezeigt hat. Der Michael McDonough, keine Ahnung, wie man ausspricht, auf Twitter. Der hat einen Chart gebaut, in dem er gesagt hat, wir schauen uns doch einfach mal nur die Inflationszahlen der letzten drei Monate an und analysieren die aufs Jahr hoch. Und dann kommt raus, dass die Headline-Inflation bei vier Prozent steht. Dass die Kerninflation bei vier Prozent steht und übrigens seit ungefähr sieben Monaten am Steigen ist. Und dass die den Superkern, also Dienstleistungen ohne Housing, glaube ich, müsste das sein. Wobei da jetzt Energy steht auf seinem Chart, aber Superkern ist eigentlich ohne Housing. Interessant. Naja, egal, dass das bei sechs Prozent annualisiert. Also eigentlich hast du Inflationszahlen, die mehr als das Doppelte so hoch sind, wie das offizielle Ziel, mit Tendenz sogar steigend wieder. Und wir reden bei Zinsenken. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Achso, weil du einfach nur die letzten drei Monate nimmst und die annualisierst statt den Zwölf-Monats-Schnitt. Genau. Okay. Also vergleichst nicht zu vor einem Jahr die Preise, sondern von vor drei Monaten und berechnest es halt auf das Jahr. Genau. Und dann siehst du quasi einfach kürzere Effekte. Die können natürlich auch einer größeren Schwankung unterliegen. Aber was du eben beobachten kannst, ist, dass die Kernraten wieder am Steigen sind. Seit einigen Monaten schon. Und mit vier Prozent doppelt so hoch sind wie das Ziel. Also du hast eigentlich Sticky Inflation. Trotzdem reden wir über Zinssenkungen. Trotzdem reden wir über Zinssenkungen. Trotzdem hat mir ein Kumpel gestern gesagt, dass er eine Immobilie gekauft hat und rekordniedrige Immobilienzinsen kriegt. Trotzdem hat er die Financial Times gepostet oder getitelt European Corporate Credit Spreads, also die Verschuldungsrate sozusagen von Unternehmen. Also wenn die Unternehmensanleihen rausgeben, hit two years low as rate cut hopes shift. Also selbst die, selbst im Anleihenmarkt, im Corporate Anleihenmarkt ist das schon komplett eingepreist, dass die Zinsen senken werden. Also wie passt das zusammen? Potenziell steigende Inflation mit sinkenden Zinserwartungen. Bevor es immer mit jemandem daheim mit Schaum am Mund sitzt. Also Credit Spread ist ja der Abstand zum risikolosen Zins. Ja, also quasi die Fidim. So die deutsche Staatsanleihe. Genau. Der Premium. Der Premium, der Premium, ja. Ja, das ist eben das Lustige. Also der Markt geht davon aus, dass wir senken. Obwohl die Inflation sagt, nö, also es war ja alles scheiße. Und du könntest ja auch böse argumentieren und sagen, in den USA, hat man ja bei Markus damals in Luxemburg gesagt, müssen dieses Jahr 25 Prozent der Geschäftsimmobilienkredite refinanziert werden. Und ich hatte nochmal nachgeguckt, Apollo hatte witzigerweise auch vor einiger Zeit gesagt, fast ein Drittel der Staatsschulden, die von der Öffentlichkeit gehalten werden, müssen auch refinanziert werden. Also eigentlich kann man, wenn man sich das anschaut, so als Argument sagen, die Notenbank wird schon senken, weil sonst ist ja alles scheiße. Und Michael Hartnett von der Bank of America hat witzigerweise formuliert, die Wahl in den USA wird entscheidend werden. Wenn Herr Biden gewinnt, dann lernen wir, dass Inflation egal ist und Arbeitslosigkeit der Bevölkerung wichtiger. Wenn Herr Trump gewinnt, dann lernen wir, dass Inflation der Bevölkerung wichtiger war. Und im Moment sieht es so aus, als würde Trump gewinnen. Also ist Inflation vielleicht ein größeres Thema, als im Moment die Notenbank das recht wahrhaben mag. Noch kleiner Hinweis zu dieser Argumentation zu sagen, ja, wenn wir jetzt die Zinsen steigen, dann gibt es ja ganz vielen, denen geht es ganz schlecht. Das war ja doch Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt lang die Story in Europa gewesen, weswegen wir die Zinsen nicht erhöhen können, wegen den armen Südländern. Weil die, wenn die Zinsen hochgehen müssen, steigen ja bei denen die Zinsbelastung überproportional innerhalb der Europäischen Union. Deswegen darf die Zentralbank die Zinsen nicht ansteigen lassen, sonst gehen die Zinskosten durch die Decke und das belastet die Staatshaushalte zu sehr. Diese Argumentation gab es ja ewig und das war ja ewig das Argument für die Nullzins-Politik gewesen. Oder ja, Nullzins, Negativzins hatten wir hier nicht, aber Nullzins. Und hatten wir Negativzins? Stimmt, okay. Also für die Negativzins, müssen wir ja kurz überlegen, kommt drauf an, welche Rate du nimmst? Oder waren alle drei Rates negativ? Achso, nee, nee, nur die Depot-Rate war bei minus 0,5 Prozent. Nur die Depot. Okay, gut. Main war bei Null und, ja. Genau. Sagen wir einfach, der eine sprach von Main, der andere von Repo. Häusper. Hashtag Profis. Genau, aber diese Argumentation ist ja dann quasi relativ schnell im Keller versteckt worden, als es dann darum ging, dass die Inflation hochgekommen ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das das beste Argument sein wird, dass irgendwelche Real Estate Office Guys potenziell Verluste machen oder ihre Office Buildings abschreiben müssen und der US-Staat sich refinanzieren muss. Da ist das Wahlargument tatsächlich für mich etwas stärker. Und Wahlen mit hoher Inflation zu gewinnen, ist kacke. Das, was du ja eben angesprochen hast, so die Trump-Seite. Wobei du jetzt natürlich argumentieren kannst, dass vielleicht die Umfragewerte vom Herrn Biden jetzt nicht nur an der Inflation liegen, sondern auch an ihm als Personen. Er wird ja von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt, wie Trump ja auch. Aber generell stellt sich ja auch noch die Debatte, ob er vielleicht vor der Wahl noch diesen Menschen ersetzt gegen jemand anderen. Da würde auf jeden Fall jemand in Kalifornien bereitstehen. Was ist das? The Gavin News. Schwarzenegger. Schwarzenegger, das ist ja geil. Bitte darf ja nicht. I was elected to lead, not to read. Gibt es, glaube ich, so einen schönen Simpsons-Dick. Naja. In Simpsons-Film. Ja, ja. Also, das jetzt nur auf Inflation festzumachen, weiß ich nicht. Das ist halt das, was die Bank of America gesagt hat. Deswegen fand ich ganz interessant. Danke. Gut, wir sehen, wie es weitergeht. Dagegen spricht natürlich, gegen eine Zinswende spricht natürlich, ich habe ja gesagt, letzte Woche habe ich nur mal ETFs gekauft. Und du weißt ja, ich bin ja Sell High, Buy Low. Ja. Ja, ja, ja. Ja, doch, doch, genau so rum. Nee, umgekehrt, Sell Low, Buy High, wie du richtig festgestellt hast, mit meiner strategisch gut geplanten Immobilien-Transaktion. Von daher, da ich jetzt wieder ein bisschen mehr Marktexposure habe, könnte es natürlich sein, dass es jetzt wieder alles, alles abrauscht. Das ist richtig. Und eigentlich würde das sogar im Grundgesetz drinstehen. Wundert mich, dass der Markt jetzt noch nicht fallen ist, nachdem du letzte Woche gekauft hast. So sieht es aus. Gut, was haben wir sonst noch für News? TikTok, haben wir ja schon gesagt, es soll in den USA vielleicht verboten werden. Haben wir nicht gesagt, aber ja. Haben wir nicht gesagt? Finde ich geil. Repräsentantenhaus hat gesagt, ja, wir wollen es, überparteilich. Wenn es durch den Senat durchgeht, Herr Biden hat schon gesagt, ja, und er schreibt es. Das würde dann bedeuten, ByteDance wird gezwungen, TikTok zu verkaufen, sonst würde man mit einem Verbot agieren. Ob das rechtlich geht oder nicht, ist unklar. Das Spannende ist, dass Herr Trump jetzt gesagt hat, nee, er findet TikTok jetzt doch gut. Der war ja eigentlich der Ursprungsinitiator dieser Idee. Auch der Anti-China-Discourse insgesamt. Genau, genau. Aber er sagt jetzt, nee, wenn TikTok verboten wird, dann wird der Zuckerberg stärker und deshalb noch schlimmer. True. Weil Zuckerberg bekannter Demokrat und demokratischer Spender ist. Ja, aber nicht nur er. Es gibt ja so eine schöne Statistik, wenn du in Tech-Unternehmen schaust, an welche Parteien die spenden, dann ist, glaube ich, 97 Prozent Demokraten. Und auch, was die Mitarbeiter wählen, ja. Ja, genau. Same thing. True. Ja, und vor allem, also wenn man sich so ein bisschen in TikTok umschaut, gerade so, ja, Kanäle, populistische Kanäle, oder populistische Parteien, genau, das meinte ich damit, haben ja einen riesen Hype auf Social Media. Auf TikTok insbesondere. Ist das so? Ja, ist so. Also definitiv. Guck dir mal die Parteienlandschaft mit ihren TikTok-Followern und Reaching an. Da gibt es massive Diskrepanzen. Dann geh jetzt mal auf den TikTok-Kanal von die Grauen Panther, oder? Ja, mach mal. Kennst du nicht, aber. So eine Seniorenpartei mal gewesen. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Geil. Ja, Senioren sind tatsächlich so ein bisschen das Risiko in unserer, ja, egal, anyways. Hast du gesehen? Ich sage das deswegen, weil in der Schweiz haben sie ja für das 13. Renten, Rente-Gedings gebotet. Ja, genau. Und dieses ganze Thema ist ja nochmal hochgekommen, mit dem, jetzt mit diesem neuen Rentenpaket und so. Da wissen sie bloß nicht, wie sie es finanzieren sollen. Ich glaube, die werden jetzt dann nochmal abstimmen müssen, wenn ich es richtig gesehen habe, ob es durch neue Schulden finanziert werden soll, durch Steuererhöhungen oder sonst was. Aber es sind Steuererhöhungen der Jungen. Aber es ist egal, Thomas. Wir haben die Aktienrente. Wir können uns da lächeln über unsere Nachbarn, wie dumm die alle sind, weil wir haben jetzt die Aktienrente und damit ist das Rentenproblem gelöst. Ich muss sagen, vor kurzem, ich habe dir auch ein Bild davon geschickt, du hast nicht darauf reagiert, habe ich ein Bild kursierend sehen vom Digital Finance Beirat des Bundesfinanzministeriums. Doch, da war da Potze drauf, oder? Genau, da war Herr drauf und noch eine ganze Gruppe von anderen Leuten, die ich an sich ziemlich schätze, also es sind einige Leute, die einfach Plan haben von Finanzen. Und der Lindner. Muss man jetzt nur sagen, und der Lindner. Manche Gesichter kommen mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann sie nicht ganz einordnen. Auf jeden Fall so ein bisschen das Who is Who der Fintech-Szene, auf jeden Fall mal. Und das finde ich ziemlich cool, dass Lindner sich hier von denen beraten lässt. Und an der einen oder anderen Stelle ist auch mal durchgesickert, dass hier das darüber diskutiert wurde, also das ETF-Sparen steuerlich zu begünstigen oder sogar ganz freizustellen. Das ist natürlich jetzt weit entfernt davon, irgendwie rechtskräftig oder sonst was zu werden. Aber da habe ich das Gefühl, okay, jetzt mal im Vergleich zu dieser Lobby-Veranstaltung, die die CDU abgehalten hat, mit irgendwelchen Strukturvertrieblern und Versicherungsmenschen, finde ich hier die Lobby schafft, die Lindner um sich schart, schon viel versprechender. Also wenn der Pozzo jetzt der Cheflobbyist im Finanzministerium ist, das finde ich eigentlich gut. Vielleicht sollte man an der Stelle jetzt die Scalable Capital Werbung einspielen. Und nach diesem kleinen Werbeeinspieler. Nee, aber man muss ja zugutehalten, der Herr Scholz hatte ja auch so einen Beirat. Ich weiß gar nicht, ob der Pozzo da nicht auch drin war. Ich bilde mir fast ein Jahr, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die Dings war da auf jeden Fall drin. Ich bin so schlecht, ich bin so peinlich. Die Ex-Kollegin, die Wright gegründet hat. Ah ja, Christine Kiefer. Christine Kiefer, genau. Die war da, glaube ich, drin beim Scholz damals noch. Ich finde es ja per se gut, wenn solche Themen diskutiert werden. Aber ich habe ein bisschen die Fürchtung, dass dann so in der Finanzszene wieder gesagt wird, oh, das soll jetzt kommen, das wird jetzt steuerfrei gemacht. Und es war halt einfach nur der Lindner, der sich in so einer Marketingveranstaltung halt mit den Leuten da zusammensetzt und sagt, das findet er gut. Wohlwissen, dass das halt niemals durch den Bundestag gehen wird. Zumindest relativ unwahrscheinlich. Relativ unwahrscheinlich, ja. Ziemlich unwahrscheinlich, ja. Finde ich schade, aber so funktioniert Politik leider nun mal, ja. Ja, wir brauchen endlich wieder so eine absolutistische Monarchie. Das war eigentlich per se nicht schlecht. Ja, geleitet durch, am besten durch einen ehemaligen Neobrocker-Vorstand, der dann halt einfach komplettes Programm durchzieht, von wegen alle Sozialausgaben wegstreichen, nichts wird mehr ausgegeben und nur noch alles in ETF-Sparpläne geballert und das kostenfrei. Und Bitcoin. Also quasi eine ETF-Sparplan-Diktatur. Genau. Und Bitcoin wird verboten, tatsächlich. Aber wird verboten dann auch noch. Ja, ja, ja. Weil es ist ja Spekulation, Spekulation wollen wir nicht. Und jeder, der ein gelbes, oranges T-Shirt trägt, muss zwei Wochen in U-Haft. Das verstehe ich nicht. Ach so, wegen Bitcoin. Ja, ja, ja. Got it, got it, got it. Weiter geht's. Bank of Japan. Genau. Oh shit, wir haben noch deine Polizei-Apotheken-Story. Wir müssen Gas geben. Kleines Update vom Shunto. Das finde ich ganz interessant. Das ist ja diese jährliche Gehaltsverhandlungsrunde in Japan, die immer zu Beginn des neuen Geschäftsjahres stattfindet. In Japan fängt das Geschäftsjahr eigentlich am April immer an. Bei allen, in allen, also jetzt, wo jetzt, nur im öffentlichen Dienst oder ganz Japan verhandelt? Die meisten Firmen verhandeln mit ihren Gewerkschaften. Okay, geil. Also vielleicht nicht jede einzelne, keine Ahnung, gibt ja auch irgendwelche Firmen, die es vielleicht nicht tun, aber das ist eigentlich so der Punkt, wo in Japan quasi dann diese ganzen Lohnerhöhungsrunden stattfinden. Und der läuft im Moment sehr, sehr gut. Und ich habe hier so eine Tabelle gefunden. Das fand ich ganz witzig. Wenn man die groß macht, dann kannst du quasi sehen, was die jeweiligen Gewerkschaften gefordert haben, was sie erhalten haben. Großer Disclaimer. Das ist natürlich wahrscheinlich genau dieser selbe Bullshit, den man in Deutschland auch immer macht, wo sich die Gewerkschaft hinstellt, sagt, wir wollen 12% mehr Lohn auf ein Jahr. Und dann sagt dir der Arbeitgeber am Ende, okay, sie haben gewonnen, sie kriegen 12% mehr Lohn auf fünf Jahre. Also wo du einfach diese Prozentzahl nimmst und es halt nicht vergleichbar ist. Okay. Genau. Aber da finde ich es ziemlich geil, zum Beispiel Nippon Steel hat die Gewerkschaft 12,5% mehr Lohn gefordert und die Arbeitgeber haben 14,2 gezahlt. Ah, okay, nicht drei? Warte mal, agree. Ach so, das ist das Vorjahr. Okay, okay. Genau. Also das finde ich ganz witzig, dass quasi, das ging auch ein bisschen durch die Presse, dass die Lohnerhöhung sogar größer war, als das, was die Gewerkschaft gefordert hat. Und das dient jetzt so ein bisschen als Waffe. Denn nächsten Montag, Dienstag findet die Sitzung der japanischen Notenbank statt. Und vielleicht passiert etwas Historisches. Vielleicht werden die Zinsen von minus 0,1% auf 0% erhöht. Zehn Basispunkte. Fuck. Die Welt bricht zusammen. Weil, ähm. Weil der Schunto so gut ausgefallen ist. Weil der, genau, der Arbeitsmarkt heiß läuft. Genau. Es deutet an, dass quasi so diese, diese strukturelle Deflation, die man da gehabt hat, vielleicht tatsächlich besiegt ist. Und dann kann die Bank ja anfangen, die Geldpolitik zu normalisieren. Das ist so ein bisschen jetzt das Gerücht, das umgeht. Nachdem Goldman sagt, es wird nicht im März erhöht, sondern eher im April, ähm, denke ich, März ist ein Dann-Deal. Und es wird nächste Woche die Zinsen erhöht. Okay. Äh, machst du eine YOLO-Wette drauf? Ich wollte eigentlich eine machen und short Dollar-Yen gehen bei 150. Dann ist er leider aber, ähm, schon auf 147 gefallen, als dann am nächsten Tag ich den, den, den 20er Hebel oder was kaufen wollte. Jetzt ist er wieder ein bisschen hochgegangen. Also ich, ich achte drauf. Heute werde ich es nicht mehr machen. Wenn morgen der Kurs vielleicht sogar einen Ticken höher steht noch, dann überlege ich es mir ehrlich gesagt. Okay. Interessant. Hoffentlich machst du eine Folge dazu. So, dann erklär uns jetzt mal, warum du in der Apotheke stehst und die Polizei rufst. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber, ähm, du hast mir ja vor Wochen schon erzählt und dann habe ich die Story vergessen. Ja. Aber erzähl mal. Was hast du dir für illegale Sachen gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser aller Kürze hinbringe. Es ist auch ein Case, der ist noch ongoing. Also, ähm, ich, äh, bin ja guter Kunde der Firma Appwee. Firma Appwee, ähm, die Aktie kennt man ja vielleicht, das haben auch ganz viele Leute im Depot, hat ein Medikament, das nennt sich Adalimumab, ähm, Handelsname Humira. Das ist das meist, ähm, Medikament mit dem größten Umsatz auf der Welt gewesen, bis, ähm, der, 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 der Cominati kam, also die Biontech-Impfung da. Die wird jetzt nicht mehr umsatzstärkste sein. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder Humira. Ich weiß es nicht. Oder dieses, dieses Abnehmenspitze. Cominati ist, ähm, der, 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 der Name, nicht der Handelsname von dem, ist es der Handelsname? Covid-Info. Covid-Info von Biontech. Genau. Cominati, das ist, glaube ich, die Bezeichnung. Ähm, naja, jedenfalls. Danke, dass unser Video jetzt wieder gestrikt wird, weil du das C-Wort aufschonfst. Aber anyway. Okay, ähm, Covid-Präsident Bombe, ähm, äh, 6. Januar, Rotschild, ähm, Epstein, 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 Epstein. So, jetzt, ähm, wird das Video gesperrt. Zurück, ja, zurück zum, äh, zu diesem Medikament, ja. Genau, zurück zu diesem Medikament. Und das Problem ist halt, ähm, das ist per se ja ein Medikament, das man gern fälscht, weil es relativ viel Geld kostet. Das hat früher, eine Schriftze so neu. Medikament? Adalimumapumira. Das nimmst du dir so in. Für oder gegen was ist das? Gegen alles mögliche mit chronischen Erkrankungen. Gegen chronische Darmerkrankungen, wie bei mir zum Beispiel. Du kannst das auch gegen, ähm, gegen Schuppenflechte nehmen. Du kannst das gegen Rheuma nehmen. Also das richtige Rheuma, nicht das, wo ein alter Mann sagt, ich hab Rheuma. Hat er meistens selbst, sondern ist halt eher Gischt oder so. Ähm, genau. Hashtag No Medical Advice. No Medical Advice, fragen Sie ein Arzt oder Apotheker. Ähm, jedenfalls, dieses Medikament ist sehr teuer und dementsprechend grundsätzlich anfällig für Fälschungen. Deswegen fand ich es so lustig, dass Bloomberg jetzt getitelt hat, wie oft diese Abnehmenspritze von No One Nordisk da jetzt wieder gefälscht wird. Die will halt jeder haben und du, manchmal schaffst du es halt auch, dass du so Fälschungen in den Handel bringst. Ah, echt krass. Und, ähm, gibt auch Geschichten von gefälschten, von so gefälschten Spritzen. So, und ich, was es jetzt noch gibt, und das ist ganz interessant, es gibt so eine Medikamentenarbitrage. Nämlich in Deutschland ist das Medikament teurer als in einem anderen EU-Land. Zum Beispiel Kroatien. Also in Kroatien ist das Medikament billiger. Und jetzt gibt es quasi das Äquivalent von Hedgefonds, das sind dann sogenannte Reimporteure oder Parallelvertriebler. Da gibt es einen regulatorischen Unterschied, auf den gehen wir jetzt mal nicht ein. Die kaufen das in Kroatien und schieben es dann nach Deutschland und verkaufen es in Deutschland. Und packagen das noch um, ne, in der Regel. Also quasi das Medikament wird ausgepackt und eine neue Verpackung mit deutschem Label und so weiter. Aber ja. Genau. Im Endeffekt kein Mehrwert als nur umpacken. Genau. Also manchmal ist es so, bei manchen wird einfach nur eine Bappel vorne draufgesetzt, bei irgendwelchen Kopfschmerztabletten oder so. Aber die sind teuren Dingen. Wenn du da halt so ein teures Medikament kriegst, dann ist da auf, in einer ausländischen Sprache und da ist aber so ein Kleber drauf und das ist so vergilbt vielleicht vom Transport. Das will ja kein Mensch haben. Also wie du sagst, das wird dann repackaged noch und einen Ticken günstiger verkauft als das Hauptmedikament, damit die Apotheken das dann abgeben. Da machen diese Reimporteure gut Geld damit und du, die Idee ist halt, so pitchmast den Leuten in Deutschland, damit werden die Medikamentenkosten in Deutschland gesenkt. Parallel gehen die halt in Kroatien hoch. Das verschweigt man dann immer so ein bisschen, weil das ist natürlich dann vielleicht nicht so gut für die Kroaten. Und da gab es auch schon oft die Diskussion im Bundestag, ob man das nicht abschafft und verbietet, diesen Reimport, weil... Beziehungsweise einfach mal einen homogenen europäischen Markt schafft, aber gut, anderes Thema. Ist sicherlich dann... Also auch was das Thema Medikamentenzulassung und so angeht, dass das immer noch national geregelt werden muss, finde ich strange, aber auch ein anderes Thema. Auch ein anderes Thema, weil ich mich überhaupt nicht auskenne, aber... Jedenfalls ist... Weil diese Reimporte, das ist halt ja auch schwierig, das Medikament, das muss immer gekühlt werden. So, jetzt tust du das in Kosovo und in Kosovo, in Kroatien, in so ein Laster rein und schipperst das nach Deutschland. Da wirft sich erstmal schon die Frage auf, wird das richtig gekühlt? Oder wird das nicht richtig gekühlt? Und dann ist diese andere Geschichte, wenn du halt so ein Medikament nimmst, das ja ursprünglich sehr fälschungssicher gebaut ist, da gibt es ja verschiedene Codes und der Hersteller hat noch was drauf gedruckt, das ist dann aber repackaged irgendwo, da machst du ja alles auf, du brichst alle Siegel auf, dann ist es natürlich schwieriger zu beurteilen, ob das jetzt noch echt ist oder nicht. Also wenn ich ein Medikamentenfälscher wäre, dann würde ich das versuchen über so einen Reimport zu machen. Und da gibt es auch die Geschichte von so einer Firma, die haben dann illegal in Afrika AIDS-Medikamente aufgekauft, repackaged und in Europa dann verkauft. Also wo du eh sagst, okay gut, du kommst jetzt eigentlich schon in die Hölle. Also da kannst du jetzt immer mit monetären Inzentivierungen argumentieren, meiner Meinung nach, da bist du einfach ein abgrundtief böser Mensch, wenn du sowas machst. So, jetzt jedenfalls gucke ich immer drauf, dass ich keine solche Reimporte bekomme. Ich hatte da schon mal ein Problem mit gefälschten Medikamenten vor vielen Jahren und ich möchte das einfach nicht. Deswegen schaue ich mir immer die Verpackung an, ist es die Verpackung vom Hersteller. Und habe dann tatsächlich in der Apotheke so ein Ding bekommen, was ein Reimport war, habe ich aber nicht gesehen, weil die Verpackung war wirklich täuschend echt, wie die vom Hersteller gebaut. Daheim mache ich das Ding auf, ziehe die erste Spritze raus, dann, weil die sind so sterilen Packungen drin. Dann haben die die sterilen Packungen aufgebrochen, dann ihren Aufkleber auf die Spritze draufgepappt und es so ganz schlecht zugeklebt. Dann haben wir gedacht, das kann doch nicht dein fucking Ernst sein, weil das darfst du witzigerweise auch nicht. Wollte ich gerade sagen, also sterile Verpackungen darfst du ja nicht auspacken. Genau. Es gibt die Vorgabe von der EMA, von der Europäischen Arzneimittelbehörde, auf keinen Fall, wie strongly recommend ergänzt, die sterilen Verpackungen aufmachen. Du sollst da deinen Scheißaufkleber auf die Seite drauf machen. Vielleicht noch einmal kurz reinhusten. Ja. Und dann ist dieser Reimporteur, von dem ich das bekommen habe, tatsächlich auch noch der, der diese Afrika, diese HIV-Medikamente da in Deutschland, dem wurde dann am Ende, glaube ich, also es wurde gegen ihn ermittelt. Ich glaube, der Reimporteur wurde nicht bestraft, sondern andere Leute, wie man es halt so kennt. Jedenfalls wirft es in mir die Frage dann immer auf, habe ich hier ein Medikament bekommen, das echt ist oder nicht? Und dann habe ich mir das angeguckt, habe den Aufkleber so weggemacht und dann war das auch so schief draufgedruckt, die vom echten Hersteller angeblich, bin dann in die Apotheke und habe gesagt, Leute, was soll die Scheiße hier? Meiner Meinung nach ist das gefälscht. Könnt ihr mir bitte vom Hersteller versichern, dass das echt ist? Boah, und das ging dann halt nicht. Dann war halt die große Diskussion, nehmen die das jetzt zurück oder was passiert jetzt? Und der Apothekerchef hat sich immer nur am Telefon mit seiner Mitarbeiterin unterhalten und hatte irgendwie nicht die Eier, dann in den Laden zu kommen. Die arme Mitarbeiterin stand dann halt mir gegenüber, konnte halt nicht viel machen. Dann haben wir halt die Polizei gerufen. Dann ist es auch noch ongoing. Die sich ja wahrscheinlich gut in dieser Thematik auskennt. Also, die kamen natürlich erst nach zwei Stunden, weil die Wichtigeres zu tun haben als so ein Scheiß. Das habe ich Ihnen auch gesagt, dass mir das jetzt echt leid tut, aber mir ist keine andere Wahl geblieben. Es ist ja eine größere Sache. Also es trifft ja jetzt nicht nur dich, also es ist ja im allgemeinen Interesse auch. Genau, und der Scheiß kostet halt 3.000 Euro, die ich ausgelegt habe. Genau, und jetzt haben wir den Case, 3.000 Euro musst du davor bevorschussen und die kriegst du dann wieder zurück über deinen Versuch. Ich kriege dann wieder zurück, genau. Früher waren es 6.000, die haben es sogar billiger gemacht. Ach du Scheiße. Dieser Case ist tatsächlich jetzt noch ongoing. Also, seit einigen Wochen liegt es beim tatsächlichen Hersteller und die waren bisher nicht in der Lage zu konfirmen, dass das Ding wirklich echt ist. Und bin echt gespannt, wie das jetzt noch ausgeht. Krass. Ja. Und wenn sie konfirmen, das ist nicht echt, dann hast du einen Anspruch, das Zeug zurückzugeben, deine 3.000 Euro zurückzukriegen und dann gehst du in eine andere Apotheke, wo es zum echten Hersteller ist. Ja, ich habe in der Zwischenzeit das Medikament halt schon vom richtigen Hersteller besorgt, weil ich muss es ja regelmäßig nehmen. Aber das ist tatsächlich mega spannend. Also, wenn das nicht echt ist, dann haben wir hier eine Fälschung aufgedeckt. Und so oft passiert es nicht, dass diese Sachen aufgedeckt werden, weil viele Leute achten vielleicht nicht drauf und spritzen das dann einfach. Okay, crazy. Das ist echt eine crazy Story. Da kann man echt mal, ja, da musst du uns auf den Laufenden halten. Aber mal eine andere Frage. Was ist denn das Incentive, diese Produkte günstiger zu bekommen, wenn die Kasse es bezahlt? Oder ist das eine Leistung, die nicht alle Kassen bezahlen, die hochbezuschusst ist? Weil ich denke mir, dir kann es ja egal sein, wie viel das Ding kostet, wenn deine Kasse es sowieso bezahlt, beziehungsweise du bist ja Beamter sehr wahrscheinlich privat dann. Genau. Oder diese Veramtenversorgung, wie das heißt. Und von daher hast du eh ein Interesse daran, immer das Original zu bekommen. Auch wenn es zu teuer ist. Ja, also ich habe halt das Risiko, wenn ich quasi darauf bestehe, dass ich nicht den Reimport will, dass die Krankenkasse das nicht zahlt. Oder dass die eine Differenz zahlt oder sonst was. Weil der Reimport egal ist. Normalerweise ist mir noch nie passiert, aber theoretisch ist es mein Risiko. Deswegen kann es dann der Apotheke wurscht sein. Weil die kriegt ja von mir das Geld. Jetzt bräuchten wir jemanden, der sich da vertiefter auskennt im Bereich gesetzliche Krankenkasse. Ich glaube, das ist so, dass die Apotheken, die sind, ja, warte mal, die sind, glaube ich, gesetzlich sogar verpflichtet, einen bestimmten Anteil nicht deutsche Medikamente abzugeben. Zehn oder 15 Prozent kann das sogar sein. Von ihrem Umsatz müssen sie mit nicht in Deutschland produziert Medikamente, echt produziert, weiß nicht, ob richtig ist, aber in Deutschland vertriebene Medikamenten machen. Ich glaube, das ist ja, die Idee ist ja, dass dieser Reimport die Medikamentenkosten in Deutschland senkt. Das ist ja wie Arbitrage. Du holst das billiger, dann muss es ja billiger werden. Sonst kauft es ja keiner mehr hier, aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Ich stelle mir sowieso die Frage, warum unser, also es wird ja immer darüber geschimpft, wie teuer unser Gesundheitssystem ist, aber schlussendlich, könntest du nicht das Gesundheitssystem dadurch günstiger machen, dass du einfach diese Patentregelung mal ein bisschen überarbeitest und sagst, ihr kriegt jetzt nicht mehr 15 Jahrzehnte lang hier Schutz drauf, sondern ihr kriegt zwei Jahre lang und dann dürfen Generika rankommen, dann darf es Wettbewerb gehen, weil ich habe so das Gefühl, das Gesundheitssystem ist richtig vorbei an der Originalidee des Kapitalismus. Der sozialen Marktwirtschaft. Ja, dann ist halt die Frage, wenn du noch zwei Jahre Patentschutz hast, ob du dann überhaupt noch Medikamente entwickelst, dann lohnt sich das. Ja, klar, das ist natürlich das Standardargument, was als Totschlag benutzt wird für alles, aber ich glaube, wenn du eine Spritze für 3.000 Euro verkaufen kannst, ich habe keine Ahnung, wie viel die in der Produktion kostet, dann wird es sicherlich Leute geben, die sagen, ich mache das für 800. Ich mache es, weißt du, ich mache es ja für 800 Spritze. Das Spannende ist hier, der Patentschutz ist eigentlich abgelaufen, es gibt aber keine Generika, das nennt sich dann Biosimilars, das ist von diesen Biologika-Medikamenten, kannst du wohl nicht 1 zu 1 Generika bauen. Ich bin kein Experte, wenn ihr Pharmazeuten seid, schreibt es gerne in die Kommentare, interessiert mich auch. Du kannst die nicht 1 zu 1 nachbauen, selbst ohne Patentschutz abgelaufen. Du machst zwar was, das hat den Wirkstoff, aber ist irgendwie nicht Exaktes. Und das ist dann auch nicht wie bei der Aspirin, dass du das einfach so austauschen kannst. Bei der Aspirin, du kannst ja sagen, Aspirinrezept, du kriegst halt irgend so einen Scheiß, was halt dieses, oder du weißt ja, wie ich es meinte. Aber hier funktioniert es nicht. Also die können dir dann nicht einfach so Biosimilar geben, weil das anscheinend doch strukturell nochmal was anderes ist. Aber ganz witzig ist es, um für eine Abhängigkeit zu sorgen. Ja, das Medikament wird Spaß. Der aus den Ovarialzellen des chinesischen Hamsters erzeugt. Das ist auch schon irgendwie interessant. Verwandt mit der chinesischen Fledermaus, womit wir wieder bei Wuhan wären. Und das Ende des Podcasts. Ich wollte gerade sagen, das war doch eher das CIA, oder? Um noch hier irgendwie den Rest unterzubringen. Oder der BND. Das wäre nicht richtig geil, wenn der BND die Corona-Pandemie auslöst. Der BND wird nicht der MbH. Genau. Nee, aber um das abzuschließen, bevor sich Leute jetzt beschweren, es ist ja schon so, dass es mittlerweile auch in der Fachwelt diskutiert wird, dass es halt nicht die Fledermaus war, sondern dass es halt wirklich aus diesem Scheiß-Labor kam. Was ja von Anfang an so naheliegend war, aber irgendwie nicht diskutiert wurde. Ja, ich wollte jetzt auch keine Fledermaus-Diskriminierung betreiben. Das war einfach ein schlecht geratener Scherz. Und für die Leute, die wirklich erfahren wollen, wie die Corona-Pandemie entstanden ist, schaut euch mal die Southpac-Folge dazu an. Und da wird es ziemlich genau bildlich erklärt, wie das entstanden ist. Geil. Okay, gut. Habe ich auf meiner Watchlist. Passt. Holger, ich danke dir. War eine sehr lehrreiche Folge. Wir haben gelernt, Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt und das ist auch gut so. Wir haben gelernt, wo ging es noch? Ah ja, Digital Markets Act, dass du den grundsätzlich scheiße findest und du für Monopolbildung bist, damit du dir keine Gedanken über Auswahl machen musst und einfach das nimmst, was dir Tim Apple vorlegt. Und wir haben gelernt, dass was über den Medikamentenmarkt und dass du gerade dabei bist, einen gigantischen Scam außerhalb der Finanzbranche aufzudecken. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich habe es nochmal so zusammengefasst, dann fällt es uns einfach, einen Titel zu schreiben. Ich finde es sehr schön. Vielen Dank, lieber Thomas. Nächste Woche gibt es dann vielleicht auch wieder mehr Markt. Wir haben BioJ-Sitzung. Wir haben, ist Fett nicht auch nächste Woche? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Müsste ich in den Kalender schauen. Wird auf jeden Fall geil. Also, ich freue mich auf nächste Woche. Also, Abo dalassen auf allen Plattformen, die ihr könnt. Like dalassen. Sinnlose Fragen stellen, die wir nie beantworten werden. Und habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächste Woche.